Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir machen heute so einen Paracord Mutteranhänger, kann man entweder Schlüsselanhänger verwenden oder falls man beim Zippverschluss dieser Zipp abreißt, kann man es auch dafür verwenden. Wir machen einen mit einer kleinen Mutter und mit einer großen Mutter. Die kleine Mutter ist eine M8er Mutter und die große eine M16er. Das heißt, was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich eine Mutter, dann wie immer ein Feuerzeug und eine Schere und für die kleine Mutter brauchen wir 50 cm Paracord und für die große 65. Und damit kann es auch schon losgehen, das heißt wir nehmen, wir beginnen jetzt mal mit der kleinen Mutter und nehmen dafür mal unser 50 cm großes Paracordstück zur Hand, nehmen das in der Hälfte, also in der Mitte, dass es schön in der Mitte ist und formen oben gleich einmal so eine Schlaufe. Die Schlaufe ist dann, wie man es auch beim anderen Anhänger sieht, die Schlaufe für den Anhänger. Das heißt, da können wir jetzt schon sehr gut einmal auswählen, wie lang soll überhaupt die Schlaufe werden. Wenn wir das haben, dann halten wir eben oben die Schlaufe zusammen und nehmen dann die linke Schnur und gehen nach hinten, ebenfalls mit einer Schlaufe. Das heißt, wir machen einfach eine Schlaufe und legen die Schlaufe nach hinten. Dann nehmen wir uns die rechte Schnur, gehen unter die linke Schnur und von hinten dann in die entstandene rechte Schlaufe rein. Also wir machen einfach so einen Knoten hinein, den ziehen wir jetzt fest und jetzt können wir gleich noch auswählen, wie lang soll überhaupt die Schlaufe oben werden, wie lang soll die Anhängerschlaufe werden. Das heißt, da können wir einfach hin und her schieben den Knoten und dann, wenn es die geeignete Größe hat, einfach festziehen und damit fixieren, so wie da. So, das heißt, wir haben jetzt einmal den Knoten, das haben wir ja soweit. Und jetzt nehmen wir uns die kleine Mutter zur Hand. Die kleine Mutter legen wir jetzt direkt unterhalb von diesen Knoten in das Paracord hinein. Und dann nehmen wir schon die rechte Schnur und gehen von oben durch die Mutter durch. Also wir fixieren jetzt einfach einmal die Mutter. Wir ziehen sie aber noch nicht ganz fest, sondern wir lassen da jetzt so eine Schlaufe stehen und gehen dann von hinten und von oben durch diese entstandene Schlaufe mit dem rechten Seil, mit der rechten Schnur durch. Und dann können wir das schon festziehen. Wenn man die jetzt schon einmal auf der rechten Seite fixiert, die Mutter. Die muss ich da halt ein bisschen herumspielen, weil sie immer sehr gern dann aus dem Kreis wieder da rausgeht, aber es geht schon, wenn man das so halbwegs hält. Ja, und dasselbe machen wir es mit der linken Seite auch. Also wir nehmen uns die linke Schnur zur Hand, gehen wieder von oben durch die Mutter durch. Sie ist ein bisschen eng schon bei der M8er Mutter, aber das geht schon. Das heißt, wir haben dann da wieder eine Schlaufe und gehen wieder von oben durch diese Schlaufe durch und ziehen das Ganze dann wieder fest. Und damit haben wir es jetzt auf beiden Seiten eigentlich auch schon fixiert. Jetzt ziehe ich da nur noch ein bisschen fest und schaue, dass die schön in der Mitte auch bleibt, die Mutter. Aber eigentlich geht das recht gut. So, und dieser Schritt ist im Endeffekt für die große Mutter genauso gleich. Also massiv C links und rechts, nur bei der großen Mutter haben wir eben zwei Schlaufen. Das heißt, ich lasse das jetzt einmal liegen und nehme dann die große Mutter zur Hand. Also wie gesagt, das ist derselbe Schritt bis jetzt, egal ob man es mit einer kleinen oder großen Mutter macht. Nur bei der großen Mutter kommt jetzt noch einmal ein Knoten dazu. Das heißt, ich zeige es jetzt auch noch einmal bei der großen Mutter weiter. Wir haben das bis so weit halt jetzt eben geknüpft und nehmen jetzt wieder unsere rechte Schnur zur Hand, gehen von oben durch die Mutter und in die entstandene Schlaufe von oben durch. Das ziehen wir wieder fest. Dasselbe machen wir jetzt wieder mit der linken Schnur. Von oben durch die Mutter durch und von oben dann wieder in die entstandene Schlaufe. Oder von vorne in die entstandene Schlaufe von der Vorderseite. Ja, das ziehen wir auch wieder fest und damit haben wir jetzt eben da zwei Knoten. Das ist einfach, weil die doch deutlich größer ist, dass es nicht so leer ausschaut, machen wir da zwei Knoten rein. Und auch das Ende ist jetzt im Endeffekt gleich. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir bei der großen zwei Knoten haben und bei der kleinen nur einen. So, das heißt, ich zeige das Ganze jetzt einfach weiter an der kleinen. Wir nehmen die linke Schnur zur Hand, machen denselben Knoten wie oben. Also wir gehen um die rechte Schnur durch, nehmen dann die rechte Schnur, gehen unter die linke Schnur und in die entstandene rechte Schlaufe von oben durch. Also genau derselbe Knoten wie am Anfang. Und das ziehen wir jetzt einfach fest. Da sollte man wirklich darauf achten, dass das relativ nah an der Mutter ist. Der Knoten lässt sich relativ schwer ganz an die Mutter heranschieben, aber er sollte möglichst nah sein, weil sonst ist es komplett locker und wird dann irgendwie unsymmetrisch, weil dauernd die Mutter hin und her rutscht. Also ich spiele mich da ein bisschen herum, aber mit der Zeit kriegt man dann den Knoten relativ nah ran an die Mutter. So, dann zeige ich den Knoten auch nochmal bei der großen Mutter, ist aber im Endeffekt wieder dasselbe. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal die linke Schnur zur Hand und mache einfach eine Schlaufe um die rechte Schnur. Also ich zeige es nochmal, einfach die linke Schnur nehmen und hinter die rechte Schnur mit einer Schlaufe gehen. Dann nehme ich mir die rechte Schnur zur Hand, gehe unter die linke Schnur und von oben in die entstandene rechte Schlaufe. Und das Ganze ziehe ich wieder fest. Da kann ich sogar den Knoten ein bisschen besser heranschieben, weil es einfach größer ist die Mutter. Aber auch da eben darauf achten, dass die Mutter relativ eingeschränkt ist in der Bewegungsfreiheit sozusagen. Und dann haben wir es eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder wir schneiden es ganz knapp ab oder wir lassen ein Stückchen über und schmelzen dann die zwei unteren Schnüre zusammen. Also je nachdem was besser aussieht, entweder wie es euch besser gefällt, entweder schneiden es eben ganz knapp ab oder wir lassen noch ein Stückchen stehen. Ich lasse da jetzt noch ein Stückchen stehen von den Schnüren, ein bisschen an Abstand, so ein Zentimeter ungefähr. Die durch ein bisschen die Fasern auseinander und miteinander ein bisschen verbinden, weil dann hält sich das Paracord besser zusammen, damit der Knoten nicht mehr aufgeht. Und dann schmelze ich die einfach zusammen, halte sie einfach unter das Feuer und drücke die beiden dann ein wenig zusammen, dass sie eben nicht mehr aufgehen. Das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video. Dasselbe mache ich auch bei der großen Mutter, das kennt ihr ja schon. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben und auch über ein Abo würde ich mich freuen. Dankeschön! 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 Dankeschön!